2, bin wieder meine Jungs da, hab Kükenbohnen, was Wie komm ich denn hier wieder raus? Ich will meinen Wagen behalten Nice Man kann in dem Wagen Man kann im Spiel einfach keinen Wagen länger als 2 Minuten behalten Weil du, keine Ahnung, über den Bordstein fährst Und der 10 Meter durch die Lüfte fliegt, alter Ich komm ja auch nicht runter, ne? Hier, irgendwie, ey Scheiß auf meinen Wagen Hier, runter Mit dem Kack War ein bisschen lustig Eines Tages, ne? Schaff ich die Mission, ich bin mir ganz sicher Hatte ich es eh mal am Anfang auch schon gesagt? Vielleicht geht es safe allein oder so? Ich kann mich gar nicht erinnern So, Konzentration, ja Die fahren lieber vorsichtig und nicht ganz so schnell Hier zum Beispiel, ne? Jetzt geben wir auf Vollgas Vollgas Jetzt geben wir Vollgas 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 Mein Auto hat einen Gas-Tack Äh Ich bin mal wieder CSGO spielen Wird mir so erotisch hier Leon und Max ein bisschen auf, ein bisschen. Okay. Geil. Habe ich den... Ja doch, den Bus habe ich aber schon abgegeben. Naja. Wo ich gerade da so ein Bus vorbeifahren, sehen, hab, tun, machen. Ne? Nimm das, Teele, Mann. Fear, wie ever. Krasser Scheiß. Lauf damit, ich hasse dich. Lips like sugar. No, 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 no. Hehehe. Geil, geil. Dann muss man mal den, äh... Ich glaube... Weißt du, wenn schon ein Auto da ist, was ich rahme, dann töre die Limousine, die dann einfach komplett breit die ganze Straße versperrt. Ne? Wat auch sonst. Ich glaube... Ich glaube, ich kaufe mal den Soundtrack, äh, den Soundtrack Scarface, den Scarface Soundtrack, ja? Wo ich den mal schön auf der Fahrt hören kann, ne? Wenn ich zur Arbeit fahre. Hm. Guck, wie teuer der ist. Gibt's nämlich nicht auf Spotify, das weiß ich. Also, der ist irgendwie halt... Wir sind, keine Ahnung, neun von zehn, die dann gefühlt gesperrt. Mit der nächsten Story-Mission wirst du dich abregen können. Schlimm ist, ich sieh, dass mein Wagen einfach schon wieder Pudde ist. Weil ich einen Abflug macht. Weil ich manchmal auch einfach jeden Gegenstand irgendwie mitnehmen, den man mitnehmen kann, in dem Spiel gefühlt. Ich hab vorhin nach rechts gezogen und der ist einfach nach links gefahren. Was ist denn los mit diesem Wagen? Die Zen-Wagen. Da-da-da-da-da-da-da. Ich werd schon mal länger gehalten, als mein, äh... Bäh, ne, der für den Army-Wagen. Okay, der war schon angehildet durch die Explosion, ja. Ja, ich hab das riesen, Junge. Dann kannst du auch jederzeit einen anderen Wagen nehmen und das sogar zeitsparend. Geil. Zeitsparend. Also nicht zeitbeeinflussend. Hier hab ich mich immer abgepackt, ne? Weil ich damals so schnell rübergefahren bin. Raargh! Shooting at each other, oh mein Gott. Ein Ammo Glow. Ja, wenn zwei Leute sich beschrieben sind, ist ein Ammo Glow. Ich habe gerade die Welt erklärt. Ah, das ist schnell rübergefahren. Ah, Zeit ist vorbei, sehr schön. Der Park ist hier sogar gleich hinten, ne? Ja, ja, genau. Ich erinnere mich auch noch an das Täuschen da unten, dass da auch Missionen waren. Also habe ich das immerhin schon mal geschafft. Damals war ich wahrscheinlich kompetenter, ne? Aber weil ich mich jung und gut aussehen. Jetzt bin ich so ein Hippie mit langer Mäh, ne? Wäre ich jetzt irgendwie gestorben, ne? Ich hätte mich getötet, ey. Ha, Botenjunge, Fräsenjunge, ha. Is it all here? I know what you're thinking. Another Bent? Ha, well, it's a Bent world. Just because I lost a few partners, those suckers from internal affairs have started sniffing around. Internal Affairs. Oberhalb. You know where to find me. Geviped. Infernal Affairs ist ein Film, dessen Remake, äh, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen. Departed, ich gesehen habe. Cool, ne? Wollte auch hier noch einmal sehen. Departed ist nämlich echt ein geiler Film. So! Wir waren noch, äh, äh, äh. Denn Sterbeglitsch hast du jetzt aber auch im Griff. Also mehr als vorher. Hihi, Fräsenjunge. Botenjunge. Ich glaube, ich fange nach meinem Praktikum einfach bei der Post an. Da kann ich mich einfach Botenjunge nennen. Auf Twitter. Dann bin ich mich ja immer um, weiß ich jetzt Radiojunge, Alter. Äh, 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 den, ja. Denn. So viele Leute, die mal denn schreiben, ne? Das ist mal richtig schlimm, ey. Ja. Läuft bei mir auf jeden Fall, dass der Wagen so, ups, so hier steht, ist nicht schlecht. Ich kann mit R den Radios ändern, habe ich gerade auch rausgefunden. Jetzt rutscht er runter. Einfach so. Huiiii. Gaps Lock Wow Tell me that you love me, that you stay with me Hast du das gerade gesagt? Ich glaube schon Ich hab mir so halb hingehört Mein Gott freu mich auf Weißidine Wegen dem Soundtrack einfach nur Trans-R machen, aber Also dazu wenden würde ich die letzte Gefahr Hä? Würde die letzte Gefahr nehmen? Achso Die Gefahr, dass Missionen einfach so verschwinden Können die einfach so verschwinden? Ich hab doch eigentlich geguckt V-Mantenne Ich hab doch gesagt was hier, ne? Hä? Diese Bombs Er ist mehr oder weniger aus seinem Auto Also wir haben ihn mit einem Tracer Mach ihn blühen Tracer Overwatch Okay Kannst rrrrrr Nein, einen Moment Manchmal gucke ich hin und denke mir Ah, neue Nachricht Dann lese ich es und stelle fest Das ist die Nachricht, die ich gerade gelesen habe Dann denke ich mir nur so Medieval German named Hans Sag da gleich wieder Sag da gleich wieder Wie das Verschwinden von Portland zu Joan Luigi Mhm Egal, ich mach jetzt einfach die hier Wird schon gut gehen German named Hans Oh Nein Oh Danke Danke Dass du irgendwie einen Bounce gemacht hast Und einfach weggeflogen bist Wo fahr ich eigentlich lang gerade? Ich meine da lang Ich hab mich verfahren und vier Leute tot gefahren Wer läuft von mir Bläh Bläh Loll Löl Ah ich liebe diesen Bugg Push it to the limit Läm scold Läm 102 Denke eine neue Nachricht Ah, dann aber nicht Ist bei meinem Handy so Mein Handy blinkt manchmal Also mein Handy blinkt blauer Wenn ich eine Gruppennachricht hab Bitte was? Von wegen, ich kann mich hier abreagieren Oder war die Ärmischung gemeint Holy Macaroni Ich brauch nen SUV Mehrere SUVs, glaub ich Jedenfalls leuchtet Diese Leuchte Die Leuchte leuchtet dann immer noch Weiter manchmal Obwohl ich halt Ich dachte grad kurz Ich hätt ihn getrappt quasi Cool Alles mal Wow Was mach ich denn jetzt? Das schaff ich nämlich nicht Kann ich Sterne einsammeln Oder kommen die automatisch wieder Wenn ich den das nächste Mal rambe? Das könnt ihr mir halt vorstellen Ach du heilige Kacke Komm auf den Uzi Ja Damit hätte ich sie eben nämlich schon mal geschafft Scheiß Hey wo ist der Limit Wo ist der Der Laden Wenn ich die Stelle auf der Karte wiedersehe Weiß ich wo der Gun hier Ammonation ist Aber so Ohne Karte nicht Hier links Glaub ich Das sieht so aus Warte Kann ich Abkürzung nehmen? Ja Himmel Ha Schon richtig Tenner Stanley An der Nachbar Kommt in Driver Ah in Driver Gibt es hauptsächlich Das Autofahren Daher auch der Satz Ohne sein Auto ist der Praktisch Ein Nichts Naja ich kenn Also ich hab den Film nicht gesehen Aber ich kenn den Ich wollt ihn eigentlich mal gucken Ah ich hab doch das Money Daher auch der Satz Ohne sein Auto ist der Praktisch Ein Nichts Tenner bewegt sich beim Gehen wie eine Frau Dabei wird die Störung von Tenner Die in den Driver teilen Achso in Driver In dem Spiel Ach ich bin so doof Ich hatte jetzt natürlich den Film im Kopf Mein Gott Die Spiele kenn ich aber auch Ja Ja Aber halt Äh Hab ich nie gespielt Können die natürlich mal wieder machen Mal machen Es gibt halt auch einen Film der Driver heißt Und der ist irgendwo aus den 70ern Also keine Dings Ganz viel Uzi Ja Reicht Ich hatte halt speichern sollen vorher Ich Ja Ich hätte speichern sollen Ich Hurensohn So V-Mantana Driver Driver 3 Heißt Äh Quasi Driver Mit einer 3 als E E als 3 Steht da Ich wollte grad E zum Einsteigen drücken B&B E B&B E Oder war es in der richtige Sender ... Dance with me ... was Bei den letzten beiden Streams wurde ich wieder gar nichts slammed leben also irgendwie ist youtube komisch ja du brauchst nicht speichern da das geld nur von abschüssen bist du nicht geschützt das stimmt wohl man muss es ja nicht übertreiben mit dem geld und ich weiß dass es irgendwie am ende man für die letzten bisschen geld bezahlen muss habe ich mal gelesen aber ich glaube das habe ich schon genug oder oder bis dahin sie ist und vier könnte ich einfach jetzt sterben schon einfach so durch den back jetzt das wäre richtig cool einfach nur wenn es runterläuft einmal durch die gegend fliegt einfach gelandet und totes wäre richtig cool ich habe ein bug ausgelöst glaube ich doch nicht ich finde es nett von dem spiel das ist nicht einfach so gescriptet ist und dass das spiel dann wirklich komplett schrott ist okay sondern dass man wirklich dann noch pass mal auf zeige ich jetzt mal wie man den kittet habe ich gerade mal so beschlossen ne warte mal so tut man den nicht man fährt ein bisschen voraus stellt sich dann in seine fresse und dann ballert man einfach drauf wie wärs damit obwohl dann kann man natürlich überfahren überfahren nicht überfahren geile betonung lernen welche richtung fährt er speed of life ich hoffe er fliegt nicht links ab da bin ich nicht gewappnet war eine blöde idee glaube ich ach guck mal ich hab mir schon ein bisschen schaden gemacht ne alter das ist aber auch übertrieben er legt mich mal am arsch den schaden hat er eben eigentlich am ende noch da habe ich gar nicht drauf geachtet muss ich ganz ehrlich mal zugeben ich kann es auch den hier machen ist mir gerade mal eingefallen jo easy oh er lebt noch der sack ist ausgestiegen und er rennt wie eine schwuggel du hast recht und sofort sterne weg geile okay wo aus 100.000 blablabla wenn er durch einen bug sterbe das muss so gegen die mission bestimmt fehlen sterbe konjunktiv ja ich würde jetzt einfach sterben würde sagen muss ich ganz ehrlich guter start ich habe nicht vergessen dass ich meine uc einfach rausballern kann geile ich gehe speichern die mission haben jetzt geschafft hat erst 40 minuten knapp für mich kommen mir die erste stunde kommen wir richtig lang vor und die zweite dann immer richtig kurz naja gut bitte bums mich danke das tut man durchfahren dass man das spiel hier auch am pc einfach mit einer hand spielen kann also das autofahren zumindest kann ich den hier machen und schön gelangweilt aussehen man ist mein leben langweilig mensch wo ist noch gar kein arm er ist gut fällt mir gerade mal so ahahaha la 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 Fessen minuten zwei kurze emissionen super fick dich 6 am 6 oktober habe ich gesträmt da war der geburtstag von kumpel mir krasser kack so mein leben mitnehmen meine brüssel wurde aufgeführt auch mein leben nicht was für bullshit und wegen meinen zehn päckchen habe ich schon eine waffel ins borne premium ist also kann aus richtig hassen gelaufen hier okay ich bin heiß zu nacht zu nacht ist aber gefährlich hier die der auftraggeber muss ich mal ganz ehrlich sagen am new today das schweigen der lemma das cool dieses klo hier so in etwa gab es ja auch bei der vier muss man noch einmal den typen verfolgen das war gar nicht meine rüstung eben aufgeführt worden leben ich habe die beiden verwechselt warum habe ich jetzt in so viel verloren sobald die polizeimission macht gehe ich auch klo so wie ray ja gut dann dann mache ich heute einfach nicht ja wie wäre es damit ich glaube nach der mission mache ich wirklich mal welche irgendwann wollte ich doch gerade sagen wo wir heute auch gerade angefangen achso dann hätte ich mal gucken wir haben wir unten irgendeinen film da kann man einfach nur der was ja so so oh neiiiin nooo oh nooo oh 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 mein schweim ist hier nochmals wieder abgekackt mmh geil oh nein ich erinnere mich an diesen bullshit das habe ich ich glaube ich glaube das habe ich nicht geschafft das habe ich jetzt gerade nicht ernst am ersten versuch geschafft oder Warte, 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 warte Geil Ohne Witz, ich hatte damals so krasse Probleme, dieses Ding da Das Ding in das Loch einzuführen Ich hatte so krasse Probleme, diese Granate da reinzuwerfen Ich hab meinen kompletten Granatenbestand verballert Musst mir immer neue kaufen Und jetzt schaff ich's einfach beim ersten Mal und mach sogar den Typen kaputt Spoiler, der Typ hat das überlebt Oh, Alter Alter, ich lach mich schäbig hier Leck mich mal hart am Arsch, ey Aber nur dank ich, dank ich Dank meiner Uzi, Alter, die muss ich echt öfter mitnehmen Damit kann ich auch nur so schnell Pudde machen Das hab ich irgendwie immer nie benutzt Keine Ahnung Ich bin halt ein bisschen dumm Ich bin halt ein bisschen kleinem Geiste Wisst ihr was? Es sind 14 Minuten vergangen und ich bin noch nicht einmal rausgetappt Ist mir gerade aufgefallen Hey So Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut Geil, geil Und würde ich sagen, geh ich jetzt mal auf Streife, ja Bin auf Streife Ich bin auf Streife Doch, ich glaube, du wirst recht...